Willst du das Bordern hier Geld mit Pumenslacks verdienen? Eine neue Welt wird sich für dich aufsuchen. Bitte, dann logge ich mich eben ein bei Wahoo oder bei Yippie oder bei AOK oder Puka Duka oder wie das auch immer heißt. Können wir mit der Versammlung fortfahren? Ich bezahle meine Steuern und ich erwarte meine Hosensaft geschenkt. Ambrosia!